Nummer 5. Intelligenter automatischer Lockenstab. Ausgestattet mit einer One-Touch-Taste für schnelles Locken. Der Motor schaltet sich automatisch ab und verhindert ein Verheddern der Haare, wenn er zu viele Haare im Inneren erkennt. Sechs Temperaturstufen für verschiedene Haartypen. Das integrierte Keramik-Design des Lockenstabs und die ABS-Schale verhindern Verbrennungen an den Fingern oder der Kopfhaut. Automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung nach 10 Minuten, maximale Sicherheit. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 4. Leicht zu Bedienender automatischer Lockenstab. Es sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich. Es dauert nur ein paar Sekunden, um große, mittlere oder feine Wellen zu erzeugen. Dieser Lockenstab verfügt über eine Keramikbeschichtung, die negative Ionen freisetzt und Ihr Haar nach dem Locken glatter und glänzender macht. LCD-Display und 6-Timer-Einstellungen. Perfekte Locken im Handumdrehen kreieren. Wenn er 10 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Automatischer Lockenstab mit Hitzeschutzbeschichtung, damit Sie sich nicht die Finger oder das Gesicht verbrennen. Das Keramikmaterial bietet zusätzliche Haarpflege und Hitzeschutz. Einfach zu verwenden für erstaunliche Wellen. Die Temperatur bleibt während des Lockenprozesses konstant, sodass das Haar in alle Richtungen erwärmt wird und der endgültige Effekt natürlicher und dauerhafter ist. Der Lockenstab hat vier Temperatureinstellungen. Ausgezeichneter Artikel. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Automatischer Lockenstab. Intelligentes Design, Verhederungsschutz und automatische Rückwärtsrotation. Der Motor schaltet sich ab und dreht das Haar automatisch um, wenn er feststellt, dass sich zu viele Haare darin befinden. Die Breite der Haare darf 2 cm nicht überschreiten. 6 Temperaturstufen. Keramikbeschichtung, LCD-Bildschirm und USB-Aufladung. Eingebauter Akku mit hoher Kapazität. Mit einer dreistündigen Aufladung kann der Lockenstab bis zu 60 Minuten laufen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1. Kabelloser automatischer Lockenstab. Keine Kenntnisse erforderlich, einfach zu bedienen. Mit LCD-Display, vier Temperatureinstellungen, Taste zum Umschalten der Lockenrichtung. Perfekte Locken im Handumdrehen. Kabellos, schnelle Aufheizzeit, weniger Haarschäden, doppelte Wärmeisolierung. Das Glätteisen ist klein und tragbar, um das Haar überall zu kräuseln, ideal auch für Reisen. Toller Artikel. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt.